Herzlich Willkommen bei MusikerTV, der Mario, ich grüße euch. Ich möchte euch heute das Wayrouch Smalls Russian Pickle Fass Mark III vorstellen. Nun erhältlich im Wayrouch Smalls Gehäuse bietet das Russian Pickle weiche cremige Fass Sounds in einer pedalboard freundlichen Version. Das Wayrouch Smalls Russian Pickle hat genau die gleiche Schaltung und die gleichen Bedienelemente wie das Original für druckvolle sowie mitten und bassreiche Sounds. Ein ideales Fass Paddle unter anderem für 90er Jahre Crunch, swingendes Downer Grooves und rohes Garage Rock Riffing. Kone für 30 NDR. Vom Ab美味ischen Gehäuse 1 NDR. 4 NDR. 4 NDR. 5 NDR. 5 NDR. 6 NDR. 6 NDR. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018